Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2 mit mir und ich spiele aber aber er guckt nur zu und weiter geht's in der Wuchtwipfelgalaxie grün mit grün Stern 1 das Ohr ausreißen so die Strafe dass du mich so komisch angeguckt hast diese blauen Blasebalgbeere ja ja so eine Blähbeere wo der Blähung kriegt ja was ha 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 du bist du auf ein Schild Ich habe Hunger. Wieso kann ich nicht? Geht nicht mehr in den Flug. Da ist ja schon ein bisschen zu voll. Da kann man die Luft anhalten, oder? Dann geht es ein bisschen langsamer weg. Ich kann sie schütteln, dann geht es weg. Oh, okay. Ich höre sie schon. Bei Ihnen schon. Ja, das brauchst du jetzt. Und ohne erschienen Stern ein Gesammelt. Ja, der hat es nicht verdient. Gesammelt. Eingesammelt. Ich habe Ihnen schon mal total drüber gelacht, oder? Ja. Eingesammelt. 160 Sterne. Also, wie viel brauchst du noch? Wie viele Sterne brauchst du noch? Bis zum Abschluss des Spiels. Was ist schneller? Matheunterricht. Oh, Mann. 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Mann, du kannst mich nicht konzentrieren. Ja, eben. Ich mache es ja. Nein, okay, warte. Ich sage es. Ähm, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 80. Äh, falsch. 40, 50, 60, 70, 80, 80. 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82. 60, 70, 80, 90. Mann, 82. 80. Ja, 82. Du hättest 182 gesagt. Ja, aber jetzt am Ende mein... Ja, Mann, kann ich mich mal versprechen? Nee. Das ist... Nee, 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 nee. Warum willst du mal auf das Schild, Dings? Hä? Auf das Schild, Dings? Auf diese Plattform mit dem Schild. Ja, weil ich von da auch dann hier hinspringen kann und dann... Ja, weil das klappt ja nie. Ja, Mann, Entschuldigung. Nee, das ist nicht zu entschuldigen. Es geht auf keine... Okay. Es geht auf keine Kuhhaut. Wieso Kuhhaut? Man kohlt ja etwa so hart. Oder so elastisch. Und ich habe schon den Nächsten. So, hier oben. Ja. Nein! Okay, jetzt nicht so schlimm. Jetzt kriegst du dreimal Sternenfeld. Äh. Alter, schüttel doch. Ja, nein. Ja. Komm, jetzt noch zweimal. Los. Bitte, bitte, bitte. Ja. Komm, jetzt noch einmal. So unfair. Bitte. Mann. Alter. Komm, Sternenfeld. Ja. Nein, sieh, gemein. Ich hab's gewusst. Ja. Nur weil ich Ausländer bin. Ja. Genau das Ding. Du Tourist, du. Ja. Voll das miede Schimpfwort, ey. Tourist. Du Tourist, du. Oh, Jo. Yoshi, Alter. Warum reiß ich in den Nachrichten? Oh, hat das ein bisschen sich verklingt. dumm oder so erstes leben doch mani wollte mit joshin weinsprung machen ja ja hast du mal gesehen wie es jemand gemacht hat? nein aber sehr schön wenn es gehen würde wärst du doch auch überrascht wenn es jetzt plötzlich funktioniert hätte ja wahrscheinlich man siehst du nicht dass ich gerade arbeite ja grünstern 2 oder 3 ja 3 2 hast du gerade abgeschafft grünstern 2 hast du gerade abgeschafft so ist der Satz richtig ah die baumrutsche ja geil hoffentlich ist er nicht in der baumrutsche versteckt bestimmt nicht er ist sofort so ganz am anfang ne oder am anfang der baumrutsche irgendwo in der baumrutsche ja scheiße meinst du? ich weiß gerade selber nicht wo der ist weißt du wo der ist? ah nein eben das selbe ist drum oh oh webrühen 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 rote dornen nicht gut das sind Stachis ok es gibt auch rote Dornen das sind Stachis das sind die roten Dornen ah eh aber diese roten Dinger da die gibt es ja auch bei Harry Potter ne naja stimmt halbiert das Spiel stimmt das sind gar nicht so aufgefallen die man mit Infendio bekämpfen muss Infendio ok versehen wir der grünen Stern auf dich wartet stimmt also in einer ganz schweren Stelle ich hoffe nicht wenn du ihn nicht vermutest dann lacht er dich aus wenn du vor ihm fährst ja er will doch dass ich ihn kriege na ganz sicher naja alter und dann lacht er dich aus bevor du ihn fährst sie ist schon ein Anfängerfehler die ich mache du bist ja auch ein fortgeschrittener Anfänger ja ja und du bist ein professioneller Anfänger ja nein ich bin ein professioneller Profi ja ja ok ich bin ein fortgeschrittener Profi oder ich bin ein Anfänger Profi ja so willst du ja aber das zählen wenn wir nämlich nicht übertreiben also du gehst in den Film so ähm was wollen die von euch naja wir haben ein paar Leute umgebracht die ganz harten oder wie naja wir wollen es mal nicht übertreiben ja eigentlich muss man jetzt sagen was ein Film das ist weil sonst ist es raubkopiert ok das ist aus dem Film wir können auch anders von kenn ich nicht 1900 äh egal so da ist er oh da ne da ist er nicht das ist er nicht Schluss Ende eh joho hast du gehört Luigi? ja joho 162 jetzt nur noch 80 richtig jetzt guckst du auf die nächste ja so gruseläter ok gruseläter stimmt das hättet ihr mir auch merken können ja zurück zum spiel wieso heißt es gruseläter und nicht gruseläter äh hm vielleicht ja wie kann man das aus dem englischen übersetzen äther ist doch kein Wort ja es ist ja auch teilweise anders ist ja immer nicht direkt übersetzt ok da wünsche mal einen hast du es noch nie bemerkt da hört man einen ne ich habe ja noch nie das englische Spiel gespielt oh was ist der denn da versteckt ich glaube äther bedeutet genau das gleiche auf englisch wow alter ich trau mich nicht wow first schweil alter das hat marco es nicht geschafft ne es ist dort gestorben hast du es gesehen ja aber nur beim ersten das war oder ja ja beim zweiten hat es auch nicht so voll geschossen und beim dritten auch nicht oh 20 sekunden ja wie fern wir die nun schade ja klar ich habe die wii schon seit 2008 ja klar ich habe die wii schon seit 2008 doch hin oder doch hin oder also nicht mehr ach seit wann hast du die denn 2011 hä so kurz erst ja oder seit 2010 kann auch sein die wii ju ne die wii ju nicht ich habe sie doch nicht seit ich 8 bin ich weiß ich kann doch sein ne ja dann warst du ja auch 8 oder ne ich habe keine ahnung ja so man ist ja so gut schwerer schwerer wir sind noch höher da kommt man gar nicht mehr ran ja so krrrr so unscharf so es kommt damit zurecht aber dann kann man so an der an diesen wänden wo man diese dinge so rauskommt kann man also wandsprung machen so die um die um die um die um welchen wänden an diesen egal ok da ist noch diese diese portale wo diese gänge immer rausgeschwebt kommen und da an diesen kann man dann irgendwie wandsprung machen mhm ja das ist ein anderer stern jetzt njam 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 ich versuche mir den weg abzuessen und nicht zu schneiden weil der baut sich von selbst wieder auf ja das ist ein selbst reparierender weg die wuss Die Bubus tun dir nichts, schau ihnen bloß in die Augen. Schau ihnen bloß in die Augen. Niemals. Sollen sie niemals in die Augen schauen, oder was? Wieso nicht? Weil du ihnen gar nicht in die Augen gucken kannst. Ach so. Die haben doch Angst, mir in die Augen zu gucken, nicht vor denen. Ich würde es ja machen. Aber ich darf ja nicht. Lass mich ja nicht ran. Wow, das war knapp. Wow, Alter. Wow, 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 wow. Okay. Was? Sieht jetzt ein bisschen komisch, dass er... Was? Ah, nichts. Was? Ich muss jetzt wissen. Nichts machen. Du willst zu wissen, also. Du willst nichts wissen? Hä? Ich habe doch angeguckt. Da, da. Tja, du kannst dir nicht in die Augen gucken. Egal, wie oft du es versuchst. Niemals. Niemals. Ja, etwas länger, aber nicht so lange, aber etwas länger. Dann werde ich euch auch etwas länger. Ja, wenn du Glück hast. Weißt du noch, wo du bist? Näher, eben. Das ist ja das Problem. Ah, jetzt sehe ich ihn. Das ist ja immer so die Schwierigkeit daneben, so leicht, schwer, mittel, äh, leicht, mittel, schwer, unscharfbar, mh, schwer. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ich muss natürlich wieder hier anfangen. Was? Natürlich, wenn da der Checkpoint ist. Hätte er noch einen machen können. Äh, die hätten ja noch einen. Ja. Ein bisschen viel Checkpoint. Finde ich nicht. Eigentlich muss ich mir wünschen, den wir nicht machen. Hoffe, der Teppich schmeckt lecker. Ich nicht. Schmeckt so ganz lecker, so süß. Genau. Für die. Wir lila eine Materie. Nee, die haben, die haben, die haben, die haben, nee, die haben nur, die haben, ähm, nur, ähm, Schmackssilfe auf die Zunge, die nur, nur Süßes schmecken. Deswegen schmecken die nur das Süße vom Teppich. Deswegen finde ich den ganz lecker. Ja. Boah, ich würde zweifeln, dass der Teppich auch nur im geringsten süß schmeckt. Wie meinst du, schmeckt der? Ja, so nach... Stoff. Ja, wie schmeckt Stoff? Ekelig. Ekelig. Mein... Alter! Oh, gut! Wir können immer noch den richtigen Sternen. Ja. Ja, okay, dann... Haben wir... Können wir gut rein jetzt hier? Schauen wir mal, welche Galaxie das nächstes macht. Sieben Minuten sechs hast du übrigens gebraucht. So, das machen wir der Frostflocken-Galaxie. Bis dann, ne? Und tschüss. Und dann noch malen Sie. So, na. Und dann, wenn ja, na. Und dann... Tschüss. Aber wie wir die Grüße haben. Jesse. Vielen Dank.